hey jo leute was geht ein brandneues video vom youtuber lmpe nein spaß leute ich wollte euch nur mal eure meine eigene schöne eigene webseite zeigen ich habe gedacht ich muss mir mal eine solch kleine webseite machen bei wix ich weiß das ist ein lustiger name aber da kann man richtig gute webseite machen ich zeige es euch mal da oben steht youtuber lmpe wer ist das na klar ich und da unten kann man meine schönen bilder anschauen ja hey jo leute alles klar ich hoffe ja schon ich hoffe euch gefällt meine bilder das habe nicht ich gesagt das steht da so wie ich immer normal sage aber jodo ich hoffe ich weiß ich bin ein bisschen noch im gesicht oder so dreckig das ganz gut sein weil wir haben vor einem einer fahrradfahrerin geholfen und jetzt habe ich schon das video machen müssen dass das heute noch rauskommt aber jetzt zeige ich euch mal was diese webseite noch so alles kann da steht biografie so auto me da steht alles alle informationen über mich und unten ein schönes foto wo sieht man alles genau und leute für euch alle gut kontakt da ist seid ihr meine kontakt da könnt ihr mir persönlich schreiben ihr könnt name e mail adresse unter betreffung eine nachricht und ich bekomme die schönen nachrichten und ich werde mich freuen über ein paar nachrichten von euch wenn ihr gute idee oder so hat oder immer wieder mal was machen oder so oder gute idee oder so dann schreibt mir eine e mail ich werde mich freuen ja leute und den link von dieser webseite werde ich verlinken und ja leute wenn euch das gefällt gebt mir einen daumen hoch und abonniert mich bitte danke